12. Februar, LinkedIn Like a Boss, dritte Runde, der mittlerweile legendäre Workshop mit Britta, Marina, Thomas und mir. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Aber alles der Reihe nach. Der 12. Februar ist ein medienhistorisch durchaus bedeutsamer Tag, denn erstens, 1929 rief der Präsident der MGM Studios, Louis B. Mayer, den Academy Award of Merit ins Leben, der seither von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben wird, auch bekannt als Oscar. Aber damit nicht genug. 1931 nahm Radio Vatikan den Probebetrieb auf und 1950 am 12. Februar wurde im britischen Torquay die Europäische Rundfunkunion gegründet. Also nochmal, am 12. Februar 2021 LinkedIn Like a Boss. Was passiert da? Marina erzählt euch alles über die Grundlagen von Personal Branding und wie ihr euer LinkedIn-Profil optimiert, eure digitale Visitenkarte. Von Thomas erfahrt ihr, wie ihr mit smart eingesetzten Storytelling auffällt im Newsfeed und wie eure Status-Updates und eure Botschaften im Gedächtnis bleiben. Britta weiß alles über die Wichtigkeit eines richtig aufgebauten Netzwerks und ich erzähle euch Dinge über Content-Strategie, die wir teilweise auch erst seit Juni 2020, seit eben dem Duel-Time-Update ganz neu herausgefunden haben. Viele aktuelle Zahlen, auch einige Ideen zu Stories. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir wollten diesmal ja eigentlich eine groß angelegte Werbekampagne starten mit Flugzeugen, die Benner ziehen, Clubhouse-Hostings und whatnot. Aber dann haben wir das kurz auf LinkedIn angekündigt und die Hälfte der Tickets war gleich weg. Jetzt habe ich mir gedacht, ich drehe schnell dieses Video, weil sich das letzte Mal ein paar beschwert haben. Ich hätte zu spät Bescheid gesagt. Also 12. Februar LinkedIn Like a Boss. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich verstehe die große Nachfrage. Die Karten sind sehr günstig. Wir haben auch Gruppentickets. So umfassend und effizient bekommt ihr einen LinkedIn-Rundumschlag mit vier Vortragenden nur bei Lab. Also wir sehen uns.